Wir scrollen uns einmal durch euren Instagram-Feed. Der ist ziemlich gut gefüllt. Und bevor wir loslegen, einfach generell, was hat Instagram für euch für einen Stellenwert? Also eben, ihr postet viel, macht ihr das selber? Ja klar, wir sind da einfach gerne mit den Leuten in Kontakt und hauen auch einfach gerne Sachen rum. Und es ist auch einfach affengeil, was wir gerade erleben dürfen, weißt du? Ich mein, wir sind ja eine Band, wir machen das jetzt seit zwölf Jahren und was wir in den letzten drei, vier Jahren erleben dürfen, ja, verfickte Scheiße nochmal, da findest du es auch einfach geil, so ein Scheißfoto vom Rock am Ring rauszuhauen, wo 50.000 Leute stehen oder du findest es auch einfach geil, auf den Kacken zu hauen und zu sagen, guck mal Alter, wo ich hier heute stehe, an so einem See und wir spielen hier heute Konzert mit. Unten schwitzen wir wie Schweine, oben ist Schnee. Hört sich jetzt dumm an, aber es sind die primitivsten Sachen, die da natürlich angesprochen werden und ja, primitiv sind wir manchmal auch. Aber komm, wir schauen mal eben kurz, was ihr alles Tolles gepostet habt. Ich glaub, es spiegelt so ein bisschen das, was du gerade angesprochen hast, man merkt, ihr habt richtig Spaß, das merkt man richtig. Ich hab mir ein paar rausgesucht und zwar, glaub ich, das hier ist das erste, was ihr hier gepostet habt am 16. Juni 2013, es ist ein bisschen hell. Geil, ja, wir standen im Stau. Wir standen im Stau und standen sehr lange im Stau und haben dann versucht, glaub ich, Getränke einzusammeln bei den anderen Entstauernden und deswegen sind wir alle auf die Straße gelaufen. Ich glaub, wir haben versucht, Getränke zu besorgen und Tracker zu animieren, zu hupen. Ja, ganz, soviel zum Thema primitiv. Stumpfes Trumpf. Das haben wir noch. Ah genau, das ist eins von meinen Lieblings, das ist ein Screenshot, den ihr selber gepostet habt von Facebook und zwar hat Materia euch ein Herzchen geschickt und Fan geschrieben. Das war irgendwann im Juli 2013. Ja, sechs, sieben Jahre her, ja, fand man einfach cool, ja, Martin kennt man und hat man sich gefreut, dass er das bei uns draufgehauen hat. Mittlerweile seid ihr ja auch ein bisschen besser befreundet als nur mit Herzchen auf Facebook, oder? Ja, also, Mecklenburg-Vorpommern ist nicht das größte Bundesland und ich glaub, die halbwegs guten Leute kennen sich alle untereinander und ist ein toller Mensch. Und wir können das Herz zurück machen, auch Fan. Ich hab noch eins rausgesucht, dass ein Hund, also Hunde ziehen ja irgendwie immer auf Instagram, das weißt du selber auch, oder Fluffig und Fell. Ein Hund und eine DVD, wildes Herz, du hast das vorhin schon selber kurz angesprochen. Ach, das ist einfach, ein Freund hat mir ein Foto geschickt, der hat so ein Hund und das Foto fand ich süß und das ist halt der Film über uns, die hatten uns drei Jahre lang begleitet. Und der Film kam letztes Jahr im Kino und Hunde, Katzen, zieht immer.